Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit dem sogenannten Einheitskreis, der in technischen Anwendungen, insbesondere in der Wechselstromtechnik und auch in der Physik eine sehr große Rolle spielt. Ich werde anhand des Einheitskreises zeigen, wie man vom klassischen Gradmaß von 0 bis 360 Grad auf das Bogenmaß kommt. Genau dieses wird nämlich am Einheitskreis festgelegt. Wir sehen hier einen sehr kleinen Winkel. Dieser Winkel kann sich natürlich immer weiter öffnen. Die maximale Öffnung, die dabei auftreten kann, ist die, dass in diesem Kreisgebilde dieser Schenkel einmal ganz herum läuft und somit auf dem anderen zum liegen kommt. Das ist der maximale Wert, den man für einen bestimmten Winkel festlegen kann. In den meisten Fällen geht man nun her, dass man willkürlich 0 Grad festlegt, für den Fall, dass es noch gar keinen Winkel gibt, diesen Wert dann von 0 bis maximal 360 Grad anwachsen lässt. Damit habe ich genau auf der anderen Hälfte 180 Grad, bei einem rechtwinkligen Winkel würden sich 90 Grad ergeben und gehe ich einmal drei Viertel in diesem Kreis herum, so hätte ich außen einen Winkel von 270 Grad beschrieben. Diese Einteilung von 0 bis 360 Grad ist allerdings vollkommen willkürlich. Möchte ich nun anhand dieser Einteilung von 0 bis 360 Grad für Winkelgrößen Berechnungen auf einem Taschenrechner durchführen, so muss dieser Taschenrechner auf Degree eingestellt werden. Nur dann wird er annehmen, dass ich einen Winkel von 0 bis 360 Grad beschreibe. Zum Beispiel ergibt dann der Wert Sinus 45 Grad 0,707 und möchte ich nun umgekehrt hergehen und aus den 0,707 wiederum den Winkel berechnen, so muss ich mit Sinus hoch minus 1, auch Arcus Sinus genannt, auf dem Taschenrechner diesen Wert ermitteln. Dieser muss, wie bereits gesagt, dabei allerdings auf Degree eingestellt sein. Das wird in der Anzeige durch DEG oder D dargestellt. Eine sehr selten angewendete Maßeinheit für den Winkel ist die willkürliche Einteilung von 0 bis maximal 400 Grad für Winkel, auch Neugrad genannt und auf den Taschenrechnern mit GON angezeigt. Möchte ich mit dieser Einteilung rechnen, so muss ich den Taschenrechner auf Grad bzw. G einstellen. Der Winkel, der eben 45 Grad betragen hat, in der klassischen Einteilung von 0 bis 360 Grad, entspricht hier mit einem Winkel von 50 Grad. Gebe ich nun auf dem Taschenrechner, der auf Grad eingestellt ist Sinus 50 ein. So muss natürlich wieder der gleiche Wert herauskommen wie zuvor und auch bei der umgekehrten Berechnung muss ein entsprechendes Ergebnis sichtbar werden. Neugrad wird so gut wie gar nicht verwendet. Ich persönlich kenne keine einzige Anwendung dafür. Ich habe es hier nur deshalb erwähnt, weil diese Einstellung auf dem Taschenrechner auch durchgeführt werden kann und aufgrund der Ähnlichkeit zu Grad natürlich hier Verwechslung auftreten können. Das ist der einzige Aspekt, der mich bewogen hat, auch diese Darstellung zu erwähnen. Eine sehr viel wichtigere Einteilung von Winkeln in physikalischen und auch technischen Anwendungen, in der Elektrotechnik ist das insbesondere die Wechselstromtechnik, ist das sogenannte Bogenmaß. Dabei legt man folgende Überlegung zugrunde. Statt mehr oder weniger künstlich einen Wert für bestimmte Winkel, also hier maximal 0 bis 360 Grad anzunehmen, misst man auf diesem Kreis, in dem man diesen Winkel anordnet, die Länge dieses Bogens, der auf dem Umfang des Kreises beschrieben wird. Diese Vorgehensweise hat einen Haken, denn wenn diese Länge ein Maß ist für den Winkel, der sich hier geöffnet hat, so wird bei einem kleineren Kreis und genau dem gleichen Winkel wie hier eine viel kürzere Länge ein kleinerer Bogen herauskommen, als das bei diesem Kreis der Fall ist. Man muss sich daher zur Beschreibung von Winkeln auf eine bestimmte Größe für diesen Kreis einigen. Und genau das hat man mit der Einführung des Einheitskreises getan. Um Winkel anhand der Bogenlänge, die sie aufspannen, zu beschreiben, wählt man einen Kreis mit dem Radius 1. 1 ohne jede Maßangabe, also nicht 1 cm oder 1 m, sondern einfach nur künstlich, wenn ich so will, 1. Das würde ja nun bedeuten, dass der maximale Winkel dem Umfang dieses Kreises mit dem Radius 1 entspricht. Die Werte, die ich also hier an die Seite schreiben kann, fangen bei 0 an und gehen bis zum Umfang des Einheitskreises. Den kann ich nun berechnen. Der Umfang ist gleich Durchmesser mal Pi. Der Durchmesser ist zweimal dem Radius. Der Radius ist zu 1 gewählt, sodass sich als Umfang für diesen Kreis der Wert 2 Pi ergibt. Bei der Verwendung des Bogenmaßes fange ich also mit dem kleinsten Winkel bei 0 an. Der größte Winkel wäre also, wenn ich einmal ganz so rumgehe, dann lande ich bei 2 Pi. 0 und 2 Pi sind damit auch identisch. 2 Pi ist dabei aber der Maximalwert, die Hälfte davon. Auf der anderen Seite ist damit Pi. Ein Viertel davon ist Pi halbe und für ein Dreiviertelumlauf auf dem Einheitskreis ergibt sich ein Bogen von 3 halbe Pi. Um mit dem Bogenmaß zu arbeiten, muss ich nun den Taschenrechner auf Radiant einstellen. Das wird entweder als Rad oder als R auf dem Taschenrechner angezeigt. Auch wieder hier der gleiche Winkel wie bei den Berechnungen zuvor in der klassischen Lesart 45 Grad. Das entspricht in diesem Fall einem Winkel von Pi Viertel. Denn wenn ich hier 0 habe und hier Pi halbe, entspricht das der Hälfte von Pi halbe und das ist Pi Viertel. Sinus Pi Viertel ergibt damit wieder 0,707 und in der umgekehrten Rechnung zur Ermittlung des Winkels ergibt sich damit wieder Pi Viertel. Diese Darstellung wählt also nur andere Zahlenwerte als die klassische Darstellung von 0 bis 360 Grad. 0 ersetzt die 0, 2 Pi ersetzt 360, Pi ersetzt 180 Grad, Pi halbe ersetzt 90 Grad und 3 halbe Pi ersetzt 270 Grad. Sehr eng verbunden mit diesen Überlegungen ist die sogenannte Winkelgeschwindigkeit. Man kann das hier ahnen, denn hier taucht wiederum das 2 Pi auf oder auch die sogenannte Kreisfrequenz Omega und auch hier für die Winkelgeschwindigkeit Omega. Diese beiden Größen sind sehr eng mit dem Einheitskreis und den entsprechenden Winkeln verbunden. Genau auf diese beiden Größen werde ich in meinen nächsten Videos eingehen. Ja, ich hoffe dieses Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.